Mein Gast heute ist für mich einer der mutigsten dieser Zeit. Ich denke, also bin ich, diese Selbsterkenntnis, die gibt uns als Menschen den freien Willen und damit unsere Würde. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Mein Gast heute ist für mich einer der mutigsten dieser Zeit und ich bin sehr stolz, dass er heute bei mir ist. Ich möchte mit ihm über die Wirtschaft, aber vielmehr über das Glück dazu sprechen. Dr. Markus Krall, vielen Dank, dass Sie mein Gast sind. Ich bin gerne gekommen. Ja, das Glück ist eigentlich das Thema unseres Online-Kongresses, aber Sie stehen für mich für Wirtschaft und den globalen Gedanken. Wie können wir denn Wirtschaft und Glück übereinbekommen? Ja, Wirtschaft kann man auch philosophisch betrachten. Und das ist ja eigentlich auch genau das, was die ökonomische Schule, der ich anhänge, die österreichische Schule, tut. Im Grunde genommen muss man sehr tief graben, um dahin zu kommen. Man muss nämlich die Frage stellen, was ist denn das Menschliche? Und das Menschliche begründet sich im Individuum. Ja, dass wir Individuen sind, dass wir uns selbst erkennen, dass wir ein Ich haben. Das, was man im Lateinischen mit Cogito Ergo Sum bezeichnet. Also ich denke, also bin ich, diese Selbsterkenntnis, die gibt uns als Menschen den freien Willen und damit unsere Würde. Und die ökonomische Schule der Österreicher, die sagt eben, es geht immer alles vom Individuum aus. Der Grundsatz ist, dass der Mensch handelt. Und er handelt, um nach Glück zu streben. Und das ist etwas, was übrigens die amerikanischen Gründerväter in einer ganz wunderbaren Weise erkannt haben, als sie diesen tollen Satz in die Verfassung geschrieben haben, das Streben nach Glück. Das Streben nach Glück wohnt uns allen inne. Aber das Streben nach Glück ist letzten Endes eine ökonomische Tätigkeit. Wir wollen in Wohlstand leben. Wir wollen, dass unsere Familien in Wohlstand leben, unsere Kinder und Enkel in Wohlstand leben. Und wir wollen dieses Streben nach Glück in Freiheit durchführen können. Und deswegen ist Glück und Wirtschaft eigentlich ganz eng miteinander verflochten. Denn alles, was wir in unserem Leben entscheiden, hat letzten Endes wirtschaftliche Gründe, die mit diesem Streben zusammenhängen. Ist das der Grund, warum Sie sich jetzt auch so aktiv auf den Weg gemacht haben? Warum Sie Ihre Meinung auch ziemlich unverblümt kundtun? Und damit ja nicht nur für Ihr eigenes Glück dann sorgen wollen, sondern auch gleich das eines Landes oder darüber hinaus möglicherweise? Ja, also so in diesen großen Größenordnungen denke ich eigentlich gar nicht. Ich habe eigentlich viel, wenn man so will, Kleineres vor. Ich habe ganz einfach ein freies Land von meinen Eltern übergeben bekommen. Ich habe vier Kinder großgezogen, ein Pflegekind und drei eigene. Und ich habe ein Enkelkind und ich möchte ein freies und wohlhabendes Land an die übergeben. Und das ist im Prinzip eine sehr einfache Sache. Und wenn ich das erreichen will, dann ist es allerdings notwendig, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Und alle anderen haben dann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, auch was davon. Deswegen sieht es so aus, als hätte ich das Bestreben, ein Land zu gestalten. Das ist eigentlich gar nicht so sehr mein Bestreben. Mein Bestreben ist, ein freies Land an meine Kinder zu übergeben. Und der Rest folgt. Was ist das, was Sie jetzt genau dafür tun? Nun, zunächst mal eine Analyse unserer Lage. Und unsere Lage ist sehr schlecht. Und sie ist deswegen schlecht, weil diejenigen, die an der Macht sind, in einer, kann man sagen, Arroganz der Macht gefangen sind und in einer Anmaßung eines Wissens, das sie nicht haben. Und in dieser Arroganz treffen sie Entscheidungen. Sie treffen Entscheidungen für uns alle. Und zwar in der Weise, dass sie glauben, besser zu wissen, was gut für uns ist, als wir selbst. Und das führt dazu, dass nicht nur unser Wohlstand erodiert, sondern dass auch unsere Freiheit erodiert. Dass das ganze Lebensgefühl der Menschen kaputt geht. Wenn man sich mal daran erinnert, was für eine Leichtigkeit des Lebensgefühls wir vor 20 Jahren hatten, oder vor 25 Jahren, und welche Last auf den Menschen zu liegen scheint, wenn man sie heute betrachtet. Jeder Einzelne. Jeder kann spüren, dass in den letzten 25 Jahren was ganz Fundamentales passiert ist. Nämlich die Leichtigkeit unseres Seins, die was damit zu tun hatte, dass wir sehr viel freier waren vor 25 Jahren. Sehr viel freier. Und damit auch sehr viel Wohlhabender. Also wir haben auch Wohlstand verloren. Den meisten Leuten, die glauben den Statistiken, denen ist noch gar nicht aufgefallen, dass es ihnen heute schlechter geht als vor 25 Jahren. Aber nicht nur das. Sie sind unfreier. Wir werden gegängelt. Man schreibt uns vor, wie wir leben sollen. Man schreibt uns vor, was wir sagen sollen. Man schreibt uns vor, was wir denken dürfen. Wir haben im Prinzip Narrative überall, denen wir folgen sollen. Und wer dagegen verstößt, der begeht Gedankenverbrechen. Die werden bestraft mit sozialem Scherbengericht, wie die Griechen sagten, mit Ostrachismus. Und dieses soziale Scherbengericht drückt sich aus in Ausgrenzung, in Bezeichnungen als rechts, als Nazi, als Antisemit, als ich weiß nicht was alles. Also die soziale Strafe, die soziale Maximalstrafe wird angedroht jedem, der damit nicht einverstanden ist. Und ich bin damit nicht einverstanden. Und ich lasse mir aber auch die soziale Maximalstrafe nicht gefallen, sondern ich werfe sie denen zurück, die sie mir vor die Füße geworfen haben. Also ich nehme diesen Federhandschuh unserer gängelnden politischen Klasse auf. Jetzt hat man Ihnen ja vor nicht allzu langer Zeit auch ganz schön zugesetzt. Und Sie lassen sich davon aber nicht in die Ecke drängen oder beängstigen, sondern ganz im Gegenteil. Jetzt wird gefühlt, oder die Ärmel werden hochgekrempelt. Und Sie haben Großes vor. Wie sieht das aus, was uns von Dr. Markus Krall auch in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht erwartet? Ja, ob ich Großes vorhabe, das wird der Wähler entscheiden. Sagen wir es mal so. Ich habe vor, dagegen anzugehen. Und wenn man dagegen angehen will, dann macht man es ja nicht nur aus Oppositionsgeist. Obwohl Oppositionsgeist wahrscheinlich bei mir ganz schön in den Genen drin ist. Aber ich mache es natürlich letzten Endes, um zu gewinnen. Wenn ich sage, ich will meinen Kindern ein freies Land übergeben, dann bedeutet das, ich muss mir einen Weg einfallen lassen, der das sicherstellt. Und das genügt dann nicht, zu poltern und zu schreiben und zu publizieren und Reden zu halten. Das genügt auf keinen Fall, sondern man muss sich eine Strategie überlegen. Und diese Strategie über die habe ich jetzt ausführlich und lange Zeit nachgedacht. Erlauben Sie mir die provokante Frage, ob eine Partei oder eine Neugründung einer Partei dann das Glück für die Menschen bedeuten kann, wo wir doch alle, die wir uns ein bisschen mehr belesen haben und in den letzten dreieinhalb Jahren auch tiefer geschaut haben, spüren konnten, dass Kräfte walten, die eben nicht hier direkt im Inland zu finden sind, sondern dass ja auch die Fäden von außerhalb gezogen werden. Dass es viel um Korruption und Macht geht und Verschiebung, was eben nicht im Inland zu regulieren ist. Das ist schon David und Goliath, sage ich mal. Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, es war zu allen Zeiten so, dass Politik immer auch auf andere Länder übergegriffen hat. Also Politik ist übergriffig per se. Politik ist nicht nur gegenüber den eigenen Bürgern übergriffig, sondern sie ist auch gegenüber den Bürgern anderer Länder übergriffig. Und wenn große Länder mit viel Macht eine Politikerklasse haben, die sich übergriffig verhält, dann macht diese Übergriffigkeit halt nicht an den Grenzen Halt. Und das ist nichts Neues. Das war immer so. Es gab zu allen Zeiten Hegemonialbestrebungen, imperiale Bestrebungen. Es gab zu allen Zeiten das Bemühen, Ordnungen herzustellen, die zum Vorteil des einen und zum Nachteil des anderen waren. So tickt die Weltgeschichte. Und warum soll das heute anders sein, als in den letzten 5000 Jahren Menschheitsgeschichte? Das ist aber nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass unsere politische Klasse nicht, wie soll ich sagen, das Rückgrat hat oder es durchdrücken kann, wenn sie es hat, um dem entgegenzutreten. Also ich sage jetzt mal salopp, manchmal frage ich mich auch, ob das Know-how entsprechend auch an der Stelle überhaupt vorhanden ist. Sie haben sich da schon mal sehr klarer ausgedrückt. Ich bin da etwas zarter unterwegs. Das hängt alles miteinander zusammen. Also wenn das Wissen nicht da ist, wenn das Können nicht da ist, wenn die Intelligenz nicht da ist, dann ist es auch schwierig, das Kreuz durchzudrücken. Wenn man, ja ich sage mal, im Tieftauchgang der Intelligenz unterwegs ist, dann lässt man sich auch gerne von anderen vorschreiben, von denen man hofft oder glaubt, dass sie intelligenter seien als man selbst, was man zu tun hat. Und insbesondere dann, wenn dort die Macht zu suchen ist und dort Versprechungen gemacht werden, dann ist man natürlich eher bereit, dem dann zu folgen. Und unsere politische Klasse ist nicht nur übergriffig gegenüber dem eigenen Volk, sie ist auch, ja sagen wir mal, subservient gegenüber den Vorgaben, die sie halt von sonst woher bekommt. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass wir kein souveränes Land wären. Wir sind ein souveränes Land. Souveränität ist immer das, was man sich nimmt, nicht das, was man bekommt. Also wenn eine politische Klasse keine Souveränität ausübt, dann geht sie eben verloren. Und wenn sie sie ausübt, dann hat man sie wieder. Und insofern glaube ich, dass es durchaus völlig ausreichend ist, dieses Land zu reformieren und dann denen, die einem gerne Vorschriften machen wollen, zu sagen, wollen wir Partner sein oder wollen wir es nicht sein. Und dazu braucht es aber Partei. Oder würde dieses Glück für die Menschen auch ohne ein Parteiensystem funktionieren? Ja, da muss man nur entscheiden. Die Frage Parteiensystem und Partei sind jetzt zweierlei. Dass ich ein Gegner des Parteiensystems bin, das hat sich ja wahrscheinlich rumgesprochen. Ich habe ja auch in meinem letzten Buch sogar mal eine Verfassung entworfen, die die Parteien so weit zurückstutzt, dass sie überhaupt nichts mehr zu sagen haben. Die dürfen zwar noch existieren, aber eigentlich haben die gar keinen Zweck mehr, weil man keiner Partei angehören darf, um für ein Amt zu kandidieren in diesem Entwurf. Also ich bin gar kein Freund der Parteien. Trotzdem gründe ich jetzt eine. Das ist ein Paradox. Zumindest sagt man so. Die Frage ist aber nicht, was mir gefällt, sondern die Frage ist, wie komme ich von A nach B. Und wenn ich also der Meinung bin, dass ich die Parteienherrschaft begrenzen oder abschaffen will, dann muss ich mir einen Weg einfallen lassen, der dahin führt. Und der führt in der Realität, in der wir leben, über das Parteiensystem und nicht an ihm vorbei. Denn wenn ich an ihm vorbeigehen will, dann muss ich mir Wege einfallen lassen, die möglicherweise in Konflikt geraten mit unserer Ordnung, auch mit unserer grundgesetzlichen Ordnung. Und das möchte ich nicht. Ich bewege mich im Rahmen dieser grundgesetzlichen Ordnung. Ich bewege mich im Rahmen von Recht und Gesetz. Und das bedeutet, wenn ich das verändern will, dann muss ich es von innen heraus verändern. Von innen heraus heißt aber innerhalb des Parteiensystems. Da ich nicht die Hoffnung habe, dass es innerhalb der Parteien möglich ist, denn diese Parteien sind zum größten Teil verknöchert in ihren Strukturen, nicht mehr in der Lage umzudenken, sie sind so weit nach links abgetrifftet in ihren Autoritarismus, dass sie auch gar nicht willens sind, irgendwas zu verändern. Und wenn man da jetzt eintreten würde, da wäre man der einsame Rufer in der Wüste. Aber es gibt da noch die andere Möglichkeit, nämlich eine Partei zu gründen, mit dem Zweck, die Parteien abzuschaffen. Und genau darauf läuft es raus. Wenn wir eine grundsätzliche Reform dieses Landes wollen, dann brauchen wir zunächst mal eine Wachablösung in Berlin. Und diese Wachablösung, die geht über Wahlen. Und das muss Wahlen allein, es reicht nicht, 5,01 Prozent zu haben und dann in der Opposition da irgendwie Fähnchen zu schwenken und rumzusitzen. Dafür trete ich auch nicht an. Vor allen Dingen, weil mir es ja gar nicht um ein Amt oder um ein Mandat geht. Sondern wenn ich antrete, dann trete ich zu dem alleinigen und einzigen Zweck, an die Verhältnisse zu ändern. Und sobald ich es geändert habe, wieder in mein Privatleben zurückzukehren. Und das bedeutet, man braucht einen Weg, der führt über eine Parteigründung und über Koalitionsbildung. Und das bedeutet, dass man die Kraft braucht, ein gewisses Ergebnis zu erzielen, damit man auch koalitionsfähig sein wird. Und dann wird die Bedingung dieser Koalition die grundsätzliche Reform dieses Landes sein. Das ist der Weg, den ich mir zurechtgelegt habe. Und ich weiß noch nicht, ob der fliegen wird. Das wird die Zukunft zeigen. Aber es ist einer, der zumindest mal eine Chance hat. Und zwar einfach deswegen, weil erstens, ich spüre das in unglaublich vielen Veranstaltungen, in denen ich spreche. Da waren früher 20, 30 Leute. Jetzt sind es 500 und nochmal 500 stehen vor der Tür und kommen nicht mehr rein. Der Veränderungswille der Menschen ist gewaltig. Und zwar deswegen, weil sie keine Luft mehr kriegen. Sie haben Schnappatmung. Es wird ihnen die Luft abgedrückt von diesem System und von dieser Politik. Und sie wissen nicht mehr bald, wie sie sich wehren sollen gegen diese Gängelei. Und das bedrückt die Menschen. Und deswegen fangen sie an, rebellisch zu werden. Und wer rebellisch wird, dem sollte man innerhalb des Systems eine Möglichkeit geben, ein Ventil zu haben. So, und dann haben wir auf der rechten Seite des politischen Spektrums eine AfD, die im Gegensatz zu dem, was ein Herr Merz und ein Herr Scholz und andere uns erzählen, nicht außerhalb des demokratischen Spektrums sich bewegt. Sie ist ganz klar in meinen Augen innerhalb des demokratischen Spektrums. Und da spricht auch nicht dagegen, dass Einzelne in dieser Partei vielleicht am Rande darum operieren. Das tun nämlich in den anderen Parteien auch Einzelne. Also sie finden eigentlich fast keine Partei, wo das nicht der Fall ist, dass Einzelne am Rand des demokratischen Spektrums oder manchmal auch in Einzelmeinungen sogar drüber rausgehen. Also wenn eine Luisa Neubauer sagt, wir haben keine Zeit für Demokratie, die ist bei den Grünen. Ja, was bildet die sich ein? Ja, das ist ganz klar außerhalb des demokratischen Rahmens. Schon per Definition. Und wenn sie sagt, wir haben keine Zeit für Demokratie, dann setzt sie sich bewusst außerhalb des demokratischen Rahmens. Dann ist sie nicht mehr Teil des demokratischen Spektrums. Und wenn die Grünen sie so toll finden, dann können die Grünen auch nicht mehr Teil des demokratischen Spektrums sein. Also genau so sehe ich es auch dort. Einzelne Personen, die da rausfallen, die gibt es immer mal wieder. Aber die Frage ist, was ist die Programmatik einer Partei? Aber die AfD kann die Mitte nicht besetzen. Und der Grund ist ganz einfach. Die Propaganda und auch der Rufmord funktionieren in diesem Lande. Das erlebe ich ja auch selber. Das bezieht sich nicht nur auf Parteien, das bezieht sich auch auf Personen. Dass das funktioniert in einem gewissen Umfang. Zumindest, wenn man sich nicht zu wehren weiß. Und deswegen ist es für eine AfD ganz schwierig, die verwaiste politische Mitte wirklich zu besetzen in ausreichendem Maße. Und zwar in dem Maße, dass sie tatsächlich mal eine Mehrheit bekommt allein. Weil die anderen wollen ja alle nicht mit ihr. Die ist ja der böse Junge, der am Rand des Sandkastens spielt. Und alle anderen halten schön ihre Förmchen fest. So, das ist das Bild, das man sich machen kann. Und deswegen sage ich, wenn es eine politische Wende geben soll, dann reicht es nicht, dass eine Partei größer und größer wird, sondern man muss Mehrheiten organisieren. Und wir haben auch nicht mehr viel Zeit dafür. Das wollte ich sagen. Wie ambitioniert ist es dann? Denn so wie Sie sagen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Und jeder, der zumindest unser Video sieht, ist wahrscheinlich schon einmal an Ihnen vorbeigekommen oder hat schon mal ein Video gesehen und sagt, wow, wir müssen jetzt Gas geben. Denn wo soll es noch hinführen? Der WHO-Vertrag, der ja unterschrieben werden soll. Die Repressalien werden ja immer mehr. Gut, der WHO-Vertrag, selbst wenn der unterschrieben wird, aus dem steigen wir wieder aus. Dann ja, aber wenn die, ich sage mal Falschen, es ist ja immer im Auge des Betrachters, aber wenn die Falschen bleiben, dann steigt da gar keiner aus, sondern dann wird es enger und enger und wir werden noch mehr gewirkt. Also ist ja auch der Wille der Menschen zumindest der, die die Augen ein bisschen aufgemacht haben, groß zu sagen, jawohl, wir folgen vielleicht auch jemandem, der einen Vorschlag hat, der mal anders ist. Ja, also es ist natürlich so, dass zwei Dinge zusammenkommen. Das eine ist, dass die Menschen langsam anfangen, innerlich rebellisch zu werden und die Faust in der Tasche zu ballen über diese Politik, weil es ihnen immer schlechter geht. Das zweite ist, dass wir eine Bundesregierung haben, deren Ausmaß an Inkompetenz sagenhaft genannt werden darf. Sagenhaft. Ja, und diese Inkompetenz in Kombination mit ideologischer Verblendung und dem Willen, uns ihren Willen aufzuzwingen und ihre Lebensweise aufzuzwingen, die nicht unsere Lebensweise ist, ja, von Heizungsgesetz bis Insektenessen, sage ich mal so ganz brutal, ja, der führt dazu, dass es diesem Land in den nächsten zwei Jahren noch sehr viel schlechter gehen wird, als es ihm schon geht. Wir haben ja heute schon einen Rückgang der verfügbaren Einkommen in der breiten Masse von über 15 Prozent. Wenn man sich also, gibt es ja Statistiken dazu, die kann man sich ja anschauen. Deswegen ist es auch ganz und gar unglaubwürdig, wenn behauptet wird, die Wirtschaft sei nicht auch um 15 Prozent geschrumpft. Wo geht es denn sonst hin? Die Leute haben weniger in der Tasche und zwar deutlich weniger. Und sie werden die nächsten zwei Jahre noch sehr viel weniger in der Tasche haben. Mittlerweile ist es ja so, dass fast ein Drittel der Menschen am Endsparen ist. Das heißt also, sie geben pro Monat mehr aus, als sie verdienen. Und dass dieser Anteil an der Bevölkerung steil ansteigt. Und in zwei Jahren werden es mindestens zwei Drittel sein. Und mindestens ein Drittel wird nicht mehr Wissen vor und noch zurück. Und deswegen ist die Zeit reif für eine Veränderung. Deswegen ist die Zeit auch reif für was Neues. Und jetzt sagt man mir, es sei noch nie passiert, dass eine neue Partei aus dem Stand irgendwie zehn Prozent kriegt. Darauf antworte ich, dem Land ging es auch noch nie so schlecht seit 1945. Dem ging es noch nie so schlecht seit Gründung der Bundesrepublik 1949. Und diese extreme schlechte Politik, die wird die Menschen dazu bringen, eine Veränderung zu wollen. Deswegen bin ich zuversichtlich, wir haben eine Chance. Ich weiß nicht, wie groß sie ist, aber sie ist nicht null. Ist definitiv nicht null. Aber bei der Willkür, die ja in diesem Land herrscht, wie kann ich da sicher sein, auch dann als Mensch, der interessiert ist und wählen würde, dass dieses super Briefwahlsystem, da wissen die doch vorher schon, was hinterher rauskommt, oder generell mit den Zählungen, die Geschichten kennen wir alle, dass es überhaupt funktioniert. Denn sie kommen ja dann an diesem ganzen Prozedere nicht vorbei. Also ganz klar ist aus meiner Sicht, dass diese herrschende politische Klasse, wenn es ihr anders nicht mehr möglich sein wird, in der Versuchung stehen wird, Wahlbetrug zu begehen. Das hat man ja auch schon gesehen. Also es gibt ja schon Einzelfälle. Und auch Berlin war letzten Endes Wahlbetrug. Richtig. Es war ganz klar Wahlbetrug. Denn selbst wenn man unterstellt, dass es am Anfang vielleicht nur schlecht organisiert war, spätestens als die politischen Amtsträger im Senat wussten, dass die Wahl nicht ordnungsgemäß verlaufen war, spätestens an dem Punkt hätten sie einsehen müssen, dass sie kein Mandat haben. Denn ohne ordnungsgemäß durchgeführte Wahl kein Mandat. Da sie es aber nicht eingesehen haben, war spätestens mit der Erkenntnis und der Verweigerung der Konsequenz der Wahlbetrug perfekt. Ganz klar Wahlbetrug. Diese Leute gehören eigentlich in kein politisches Amt mehr. Und dass die Neuwahl erzwungen werden musste, durch Klage, Recherche und Finanzierung dieser Recherche, und es ist ja allgemein bekannt, dass die von mir geführte Atlas-Initiative da beteiligt war, dass diese Neuwahl erzwungen werden musste, spricht Bände über den Willen zu einer echten Demokratie unserer politischen Klasse. Und natürlich müssen wir davon ausgehen, dass wenn die merken, dass ihnen die Fälle davon schwimmen, dass sie auch bereit sind, das haben wir ja gesehen, das Gesetz und den Geist der Verfassung zu missachten. Deswegen rufe ich alle auf, bei den nächsten Wahlen da als Wahlhelfer sich zu beteiligen und als Wahlkontrolleur sich zu beteiligen. Auch bei der Auszählung der Briefwahlstimmen gibt es Vorschriften. Auch das darf nicht hinter verschlossener Tür stattfinden. Und da fordere ich jeden auf, sich da einzumischen und da zuzuschauen und das zu kontrollieren und Verstöße zu melden. Und wenn es da zu Verstößen kommt, die Wahlen anzufechten. Ja, also das, naja, die Sozialisten, und wir haben ja sozialistische Mainstream-Parteien, waren noch nie besonders gut im Akzeptieren des Wählerbildens. Wie schon Stalin sagte, es kommt nicht darauf an, wer wählt, es kommt darauf an, wer zählt. Und deswegen muss das Volk mitzählen. Wenn wir noch einmal reingehen wollen in das Thema Glück oder vielmehr das, was Sie dann mit Ihrer Arbeit auch den Menschen bescheren wollen, wie kann ich mir dann ein Land vorstellen, was reformiert wird durch Ihre Mithilfe? Also ich glaube, dass wir einer grundsätzlichen Reform entgegensehen müssen, die die Macht der politischen Klasse radikal beschneidet. Denn es ist ja so, dass der Träger der Volksgewalt ist das Volk. Es steht ja auch in unserem Grundgesetz, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und sie ist vom Volke ausgegangen, um nicht mehr zum Volk zurückzukehren. Das ist das, was passiert ist. Wir haben eine Staatsgewalt, die wird von den Parteien stellvertretend für das Volk ausgeübt, obwohl im Grundgesetz nur der Satz steht, dass die Parteien bei der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken dürfen. Ihnen wird also eine dienende, also eine Dienstleistungsrolle zuerkannt, nicht mehr als das. Mittlerweile haben wir den Zustand, dass die Parteien es schon als impertinent empfinden, wenn das Volk bei ihrer politischen Willensbildung mitwirken will. Ja, das ist ein Unding. Das ist ein Unding. Das steht ganz klar im Widerspruch zum Geist unseres Grundgesetzes. Und wir haben auch die Möglichkeit für eine radikale Reform, auch unseres Grundgesetzes, auch im Sinne einer Verfassung. Und zwar, weil uns die Väter des Grundgesetzes den 146 da reingeschrieben haben. Der 146 besagt, dieses Grundgesetz, das übrigens Grundgesetz heißt, weil seine Väter es nicht als Verfassung angesehen haben. Also das schreiben die auch. Also da gibt es ja Protokolle des Parlamentarischen Rats drüber. Die Väter des Grundgesetzes haben ganz klar geschrieben, dass es sich nicht um eine Verfassung handelt, weil eine Verfassung aus dem Willen des gesamten Volkes in Ausübung seiner Souveränität fließen muss. Und da das Grundgesetz ja den Alliierten zur Genehmigung vorgelegt werden musste, kann das nicht der Fall sein, per Definitionen. Es gäbe die Möglichkeit, das Volk darüber entscheiden zu lassen, das Grundgesetz zu einer Verfassung zu erheben. Dazu muss man es aber fragen. Auch dafür wäre der 146 geeignet. Man müsste aber dann dem Volk auch die Möglichkeit geben zu sagen, nein, wir wollen was anderes. Ja, also am Ende ist der Souverän derjenige, der zu entscheiden hat. Und wenn wir ein neues System entwerfen, dann werde ich darauf hinarbeiten und hinwirken und vorschlagen. Wird nicht der Einzige sein, der Vorschläge macht, aber die Vorschläge, die ich da zu machen habe, die laufen auf deutlich mehr Souveränität hinaus. Also auf eine Beschränkung der Staatsaktivität, auf eine Beschränkung dessen, was Politiker dürfen, auf Politikerhaftung, auf Begrenzung von Amtszeiten, auf direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild. Und vielleicht einfach mal erfolgsorientierte Bezahlung, auch so ein Politiker könnte, wunderbar. Also eigentlich denke ich, dass es ein besseres Modell wäre, wenn unsere Parlamentsabgeordneten nur zweimal gewählt werden dürfen, aber nicht zweimal hintereinander. Und dass sie nur 60 Tage im Jahr dann tagen dürfen, weil sie dann weniger Gesetze machen. Und an den anderen 300 Tagen verdienen sie ihren Lebensunterhalt. Und sie bekommen keinen Ersatz, auch keine Spesen, nichts dafür, dass sie die 60 Tage dem Land dienen. Denn dieses Dienen sollte ein Dienst um Souverän sein, eine Ehre, ein Dienst um Souverän, nicht mehr, nicht weniger. Dass ein Abgeordneter da vier bis fünfmal so viel verdient wie der Durchschnittsdeutsche, sehe ich vor diesem Hintergrund gar nicht ein. Zumal es die Quelle unserer adversen Selektion ist, dass nämlich die, die nichts können, in die Politik streben, weil das der einzige Job ist, wo sie mit dem nichts können, vier bis fünfmal so viel verdienen wie der Durchschnittsdeutsche. Also auch weg von dieser Pyramide, die wir haben, wo die Wenigen in der Spitze viel haben. Und unten muss rangeschafft werden. Das bedeutet, das würde auch steuerlich vielleicht für den Bürger dann mal anders kommen. Das heißt, es würde auch in den Machtverhältnissen, also zu den Gemeinden vielleicht mehr gehen. Also ganz klar, zunächst mal geht es sehr viel mehr zum Bürger zurück. Der Bürger kann die meisten Dinge, die der Staat sich angemaßt hat, besser. Die Dinge, die der Staat aber als genuine Aufgabe hat, die er ja immer für seine Existenzbegründung heranzieht, die hat er ja die letzten Jahre nicht mehr richtig gemacht. Das muss man ja auch mal sagen. Die eigentlichen Staatsaufgaben, die man ihm noch zubilligen kann, selbst als Libertärer ihm noch zubilligen kann, die macht er ja nicht mehr. Jeder Politiker sucht sich ein Hobby, ob das Klima ist oder ob das Fahrradwege sind oder ob das Digitalisierung ist. Wobei, das haben sie auch nicht zu Wege gebracht. Das Symbol unserer Digitalinfrastruktur ist ja das Funkloch. Man muss nicht mal durch Deutschland mit dem Zug fahren. Da kann man nicht telefonieren. Aber in Italien und Frankreich und Spanien kann man sehr wohl im Zug telefonieren. Und zwar ohne dauernd rüde unterbrochen zu werden vom nächsten Funkloch. Also sie suchen sich ständig neue Felder. Aber die Kernaufgaben, für die sie eigentlich zuständig gewesen wären, die haben sie nicht mehr erfüllt. Innere und äußere Sicherheit. Sicherheit der Grenzen. Sicherheit vor Kriminalität. Wir haben heute Bandenkriminalität in diesem Lande, wie wir es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hatten. Noch sind wir nicht ganz an schwedischen Verhältnissen, aber wir sind auf dem Weg dahin. Und in Schweden wird jetzt das Militär eingesetzt gegen die Immigrantenbanden, die es dort sich etabliert haben. Wie werden wir das wieder los, was wir reingeholt haben? Das wird also eine ganz schwierige Kiste. Zumal das Ganze ja rechtsstaatlich laufen muss. Zumindest wenn man in einem Rechtsstaat leben möchte. Und ich denke mal, das wollen die meisten. Außer vielleicht unserer politischen Klasse, die vom Rechtsstaat nicht viel zu erhalten scheint. Denn sonst würden sie sich nicht ständig über den Rechtsstaat erheben. Wie kann es sein, dass ein Justizminister die Staatsanwältin ihres Amtes enthebt, die sich um Cum-Ex kümmert? Ja, um offensichtlich einen kriminellen Amtsträger vor den Folgen seiner Kriminalität zu schützen. Ja, und nichts anderes kann es dabei ja wohl gehen. Ja, und wenn wir also nicht mehr alle vor dem Gesetz gleich sind, dann ist auch unser Rechtsstaat infrage gestellt. Den Rechtsstaat müssen wir wieder herstellen. Also innere und äußere Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit, Rechtssätzen und Rechtssprechen. Und natürlich ein Ausforsten, ein Ausjäden unserer Gesetze. Winston Churchill hat mit dem sehr treffenden Satz gesagt, wer 10.000 Regularien erlässt, zerstört jeden Respekt vor dem Gesetz. Das ist genau das. Nicht nur, wenn er Respekt vor dem Gesetz zerstört, sondern das ganze Volk wird kriminalisiert, weil niemand mehr alle Regeln kennen kann, die er befolgen soll. Und in dem Moment, wo er sie nicht mehr kennt, kann er sie nicht mehr befolgen, sodass er jederzeit zum Kriminellen gemacht werden kann. Nur die Politiker sehen sich als außerhalb aller Regeln. Und so geht es nicht. Dann schaffen sie sich eigene Majestätsbeleidigungsparagrafen, damit, wenn man sie mal etwas satirisch kritisiert, sie einen hinter Schloss und Riegel oder zumindest arm machen können. Das sind alles Attitüden einer Feudalklasse. Und da sage ich auch ganz offen, ich denke, dass wir eine Reform brauchen, die solche Leute, wie die, die uns jetzt regieren, auf Dauer davon ausschließt, noch mal eine Chance zu haben, das Volk derartig entmündigen zu können, wie sie das gerade versuchen. Was würden Sie den Menschen sagen, die uns jetzt zuhören und die natürlich noch in Angst sind oder diesen Druck sehr spüren und selber für sich keinen Ausweg wissen, wie sie ihr Leben anders und glücklicher vor allen Dingen wieder gestalten können? Also zunächst mal gilt der Bibelsatz, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass den meisten Menschen diese Stimmung in diesem Land und insgesamt sogar in diesem Kontinent wie Mehltau auf der Seele liegt. Sie sind niedergedrückt. Es ist eine Bedrückung im Land und im Volk. Eine Bedrückung, wie man sie eigentlich schon lange nicht mehr hatte. Ich glaube, man muss zwei Generationen zurückgehen, um so eine Bedrückung schon mal irgendwo historisch gesehen zu haben. Also außerhalb meiner Lebenszeit. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass ich es schon mal so erlebt hätte und ich kenne auch sonst niemanden. Und ich glaube, dass wir uns geistig davon freimachen müssen. Natürlich erfordert das die Fähigkeit, auch manchmal Tiefschläge hinzunehmen. Ich meine, ich habe es ja selbst erlebt, wie ein Zusammenwirken von kriminellen Behördenmitarbeitern, Medien, übereifrigen Staatsanwälten und dem Willen, mich ja quasi zu kriminalisieren, als Zeugen zu kriminalisieren, wie das auf einen niederprasseln kann. Und das zehn Monate am Stück jetzt. Aber ich sage dazu, dem kann man widerstehen. Man kann dem widerstehen. Es ist der Glaube, Ihr Glaube, der Sie trägt? Der Glaube trägt mich ganz sicher und man kann dem auch vor allen Dingen dadurch widerstehen, dass man sich darüber im Klaren ist, dass die keine absolute Macht haben. Sie werden sie niemals haben. Sie bilden sich das vielleicht ein, aber sie haben keine absolute Macht. Sie können, das wäre Ihr Wunschtraum, in unsere Seelen eingreifen zu können. Und Sie träumen von der Mensch-Maschine-Schnittstelle, die Ihnen das erlaubt. Die wird nie kommen, weil das Bewusstsein des Menschen etwas ist, was Sie nicht verstehen können. Das Bewusstsein des Menschen, die Seele des Menschen ist ein metaphysisches Ding und kein physisches Ding. Das macht uns ja zum Menschen, gottähnlich. Und deswegen werden Sie das nie beherrschen. Und deswegen bin ich sicher, dass Sie niemals absolute Macht erringen. Und wer wissen will, wie man widersteht, dem empfehle ich ein paar gute Bücher. Die meisten davon kommen aus Russland übrigens. Aber da dürfen wir nicht mehr hinschauen. Achtung. Alexander Solzhenitsyn, der Archipel Gulag. Ich zitiere einen Satz aus dem Archipel Gulag. Ein Mann ist erst dann frei, wenn man ihm alles genommen hat. Das ist mir jetzt zum Glück noch nicht passiert. Ich hoffe auch, dass es nicht passiert. Aber da liegt Wahrheit drin. Umso mehr diese Menschen glauben, sie müssten uns berauben und uns die Dinge nehmen und uns selbst anzudrohen, unsere Freiheit zu nehmen. Oder uns zu kriminalisieren oder unsere Würde anzugreifen. Umso freier werden wir, wenn wir das wollen. Nehmen wir eine höhere Sicht noch einmal ein. Glauben Sie, dass es auch eine Prüfung für uns Menschen ist, jetzt durch diese Zeit zu gehen? Ja, ganz sicher. Ich glaube, dass wir deswegen so verwundbar sind als Gesellschaft, weil wir uns einer Wohlstandsverwahrlosung hingegeben haben. Wir haben auch sowas wie Dekadenz. Wir haben eine Herrschaft der Perversion, wenn man es mal genau betrachtet. Wenn die Gesellschaft nicht mehr weiß, ob Männlein Männlein oder Weiblein Weiblein ist. Früher hat man gesagt, der ist so bescheuert, der weiß nicht mehr, ob er Männlein oder Weiblein ist. Das war mal ein geflügeltes Wort vor 20, 30 Jahren. Heute ist es gesellschaftlich akzeptiert, ja, wissenschaftlich angeblich bewiesen, was ein Schmarrn ist. Natürlich ist es nicht wissenschaftlich bewiesen, aber es wird uns als wissenschaftliche Wahrheit präsentiert von den Repräsentanten unserer Regierung, dass es mehr gäbe als zwei Geschlechter und dass es Männer mit Gebärmutter und Frauen mit Penis gäbe. Scheiße. Eine Perversion im Grunde genommen, eine Unwissenschaftlichkeit und eine Krankheit der Köpfe. Und dann wird uns noch angedroht, wenn wir das anzweifeln, dass man uns belangen will wegen Hassrede und uns bestrafen will mit Geldstrafen oder gar mit Gefängnis. Da sage ich, dann sollen sie mal kommen. Diese Herrschaft der Perversion wird nämlich keinen Bestand haben. Und diese Herrschaft der Perversion wird enden und zwar deswegen, weil das Volk irgendwann die Schnauze voll davon hat. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu wenden. Wahlen sind die naheliegendste und da kann ich aber nur davor warnen, auch diese politische Klasse davor warnen, die demokratischen und verfassungsgemäßen Mechanismen, die dem Volk den Ausdruck seines Willens ermöglichen, zu untergraben. Das fängt bei der Meinungsfreiheit an und hört bei der Integrität von Wahlen auf. Wer daran herumschraubt, der muss sich darüber im Klaren sein, wofür wir diese Dinge haben. Es gibt ja sowas wie eine Staatstheorie und eine Demokratietheorie. Warum haben wir denn das alles? Es gab mal Menschen, die klug vorgedacht haben, die amerikanischen Gründerväter, aber auch, wenn sie in die Antike zurückgehen, Staatstheoretiker wie Cicero oder Pericles oder andere, auch die ganzen Denker der Aufklärung. Was haben die im Grunde genommen sich dabei gedacht, Gewaltenteilung zu verlangen, Wahlen zu verlangen, Meinungsfreiheit zu verlangen? Was war denn der Sinn der Sache? Der Sinn der Sache ist ganz einfach. In jeder Gesellschaft entstehen Spannungen. Und diese Spannungen sind ein Ergebnis der Suche nach dem besten Weg. Mit anderen Worten, der Suche nach Wahrheit. Und man kann Spannungen in großen Schritten oder in kleinen Schritten abbauen. Deswegen ist zum Beispiel auch der Markt besser als die Planwirtschaft, weil er die Spannungen in vielen tausend kleinen Schritten abbaut. Die ständige Suche nach Wahrheit durch den marktlichen Tauschprozess erzeugt ständig neue Informationen und ermöglicht den Menschen, graduell sich an ganz viele Herausforderungen anzupassen. Und so ist es auch mit der Demokratie und dem Rechtsstaat und der Meinungsfreiheit. Das sind Ventile, durch die die Gesellschaft in kleinen Schritten sich an die Notwendigkeiten der Realität anpasst. Wenn man das nicht macht, wenn man das nicht zulassen möchte, wenn man einen totalitären, diktatorischen Staat haben möchte, dann stauen sich die Ungleichgewichte auf und das Ergebnis ist gewaltsame Revolution. Also die Alternative zu Demokratie, Meinungsfreiheit, Menschenrechten und Rechtsstaat ist die gewaltsame Revolution. Das sind die beiden Wege, die die Staaten gehen können. Das ist geschichtlich einfach eindeutig so. Deswegen ist es eine sehr schlechte Idee, an diesen Ventilmechanismen herumschrauben zu wollen. Und das, was unsere Herrschenden gerade tun, ist genau das. Sie schrauben daran herum. Sie möchten die Meinungsfreiheit einschränken, und zwar indem sie Meinungen zu Hassrede erklären. Jetzt hat sich die EU erdreistet, diesen Migrationspakt zu unterschreiben, in dem doch tatsächlich verlangt wird, dass die Kritik an der Migration als Hassrede zu gelten hat. Wer so etwas macht, denkt und handelt totalitär, diktatorisch, antidemokratisch und kann sich nicht auf unsere verfassungsmäßige Ordnung und auf unser Grundgesetz berufen. Und damit stellt er sich außerhalb des Rechtsstaats und außerhalb des Grundgesetzes und darf eigentlich überhaupt kein Amt ausüben. Das geht gar nicht. Also die politische Klasse, die handelt aber so. Und indem sie so handelt, staut sie Ungleichgewichte auf und staut auch Zorn auf im Volk. Die Leute sind mittlerweile nicht mehr gut auf die Politik zu sprechen. Und es hat einen Grund. Und wenn die Politik sich dann hinstellt und sagt, das darf man ja nicht sagen, oder das sei ja radikal oder das sei sonst was, dann sollte sie sich mal endlich wieder an die Nase fassen und sich fragen, was bringt denn die Menschen dazu, der Politik so wenig Vertrauen entgegenzubringen. Ich meine, die Mehrheit der Menschen sagt ja, keine der Parteien ist mehr in der Lage, unsere Probleme zu lösen. Das muss ja einen Grund haben. Richtig. Das Vertrauen ist weg und das Vertrauen ist deswegen weg, weil man den Kommunikationskanal zwischen den Menschen und der Politik durch die Unterdrückung der Meinungsfreiheit abschafft. Ich würde aber gerne zum Abschluss, weil unsere Zeit ist leider schon um, eine letzte Glücksbotschaft für unsere Zuschauer von Ihnen noch mit auf den Weg bekommen. Die Glücksbotschaft ist ganz einfach. Kein System dieser Art, kein System des Totalitarismus, der Unterdrückung, des Abschneidens von Meinungsfreiheit und des Abschaffens wirtschaftlicher Freiheit und des Abschaffens des Strebens nach Glück ist von Bestand. Es ist nicht von Bestand, weil es verknöchert und weil es sich nicht anpassen kann als diese an sich verändernde Lage der Welt. Und da keines dieser Systeme je von Bestand war, wird auch ein System wie das, was wir da gerade erleben, nicht von Bestand sein. Es liegt an uns, es zu ändern. Und noch können wir das tun mit demokratischen Mitteln. Und diese demokratischen Mittel gilt es jetzt auszuschöpfen. Und wenn wir es schaffen, dieses Land zu reformieren, und zwar zu Freiheit, Selbstbestimmung und zum Streben nach Glück, dann werden wir zivilisatorische Höhen erklimmen, von denen haben wir noch keine Ahnung. Vielen herzlichen Dank, lieber Dr. Karl. Fürchtet euch nicht, mit dieser Botschaft gehe ich heute raus und mit meinem Lächeln. fürchtet euch eine Suche Haltin, Dichte euch nicht, ohne die Schleuner aufzulegen. Untertitelung des ZDF, 2020